Ja. Genau. Das ist ja auf der Karte das Stimmste, was wir sehen können. Ich bin geordnet. Oh, da fährt eine Moskwa, der richtig geschrieben hat, mich decken. Das ist gut. Moskwa ist gut. Wenn ich sie im Team habe, ist es gut. Unser Morpheus fährt wieder an der äußersten Ende hinten rum. Hi. Ja. Ich kenne die DDS hier, damit das Morpheus fährt. Die Ringer oder ne Scheiße. Die EDI ist hier bei uns. Das ist gut. Der Gewinne ist bereits 10. Ich muss aber raus, weil der schmeißt ja garantiert Torx rein. Mit Sicherheit. Deswegen muss ich aus dem Cap erstmal. Aber er ist auch rausgefahren. Ja, aber... Der schmeißt Torx rein, ja. Ist er jetzt alle dann rausgefahren? Nein, ich muss wieder rein, aber ich muss anders reinfahren. Boah, die Mino Torx ist 8 Kilometer ungefähr. Ja, das habe ich mir gedacht. Torpedotreffer habe ich gesetzt. So, Cap gehört uns. Ich verpiss mich jetzt erstmal hier. Ja. Ja, wir verlieren gerade schon wieder B. Ja, ich kann nicht alleine da bleiben, ey. Nö, gebe ich dir auch vor, schon recht. Wir wollen unsere Schlachtschiffe wieder weg. Ich habe noch keinen Schaden ausmachen, weil die alle auch so ab meiner Reifweite sind. Hellingberg dreht 8 und rein. Ich komme zu B mit rüber jetzt, hier. Mino Torx steht im Nebel. Topst du rein? Na klar. Gut. Aber ich habe auch schon mal gesagt. Ich habe auch schon mal gesagt. Ich bin ein Einzelner. Scheiße, ich kann ja nicht. Auf hier ist noch einer. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020